Achso, das war das Online-Programm. Wir haben Röster, Mali verloren, und dann haben wir die Klingel ausgesprochen. Wird die Klingel ausgesprochen? Ja, das war das Online-Programm. Ja, das war das Online-Programm. Ja, die Klingel ausgesprochen. Aber ist er dann nicht schlecht? Achso, und dann nochmal die Schuhe. Wir haben Frista, Mali verloren, gegen Nielan verloren, gegen Gorf verloren. Ja, und Grand Final. Und dann gewonnen haben wir. Aber Grand Final hat er noch besieg. Ja, aber Grand Final hat er noch besieg. Und dann zwei Mal verloren. Oh, krass. Ich glaube, unter Magic. Also dann unter Magic? Ja. Kommst du hier? Ich glaube überall, genau. Wollen wir fragen, wer über wem ist? Kannst du ja fahren, ich glaube, Sam, oder? Ja. Oh, das war das. What's up, Francis? Ja. Wie ist er? Ja. Ja. so Ja, ja, ja. Okay, das ist ja eben gar nicht, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Oh, 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 oh. Das war's für heute. 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 Das war's für heute, right? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Magic is a... He said, he called other players. Oh, 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 oh Ich kann jemanden holen. Du kannst in Boxen spielen, wenn du willst. Ich kann jemanden holen. Ja, drei Minuten später. Oh! 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 Oh, ich bin jetzt mal. Oh! Oh, nie? Haben Sie eineige einige Punkte? Ja. Haben Sie gesagt, dass der Spielball von Spieltag in den Fall just gerade was? Oh, naja. Oh, das war der Spielballspurt. Der Spielballspurtuled, gegen den Spieltag. Das war die Spielballspurt. Das ist es, richtig? High level. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Oh. Quarky. Ohhhh. Let's go, Magic! Wir sind ein sehr starker BAT hier, folks. Ich bin sehr gerne über dieses Low-Level Smash. Ja, Quarkin, brother. Magic hat in den Spiel, das ist schon gut. Es ist schon gut. Es ist schon gut. Super Quarky. In ein paar Jahren. Ja, in ein paar Jahren. Ja, ich glaube so. Super Smash Brothers. Oh, he's level 2 now! The pro Nasluck player. Yep. I get before the fight, so I could level up. He needs to write down the notes, how to beat him. With every move, check your little textbook. Oh! He's so fast. Dang. That was the first thing I learned in Melee. It was like the dash dance. I was like, this is so much fun. I didn't know this was awesome. Oh! I saw Magic do the most Falco player. The level 2 Magic. He just crouched at center stage and shined. Oh! 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 Hi, Baumann. Ich bin nicht der Wortschritte und ihr alle beginnt zu beurteilen. Let's go Magic! Der Magische Der Schauberer Shoutout zum Juggle 4Head Combo, nice 4Head Combo, nice A new record Look at you The magic cycle Oh Next combo video Get his ass Michael Fuck him up Yes, there it is Derrick could have been Derrick could have been Oh he jabbed, very nice He actually just jabbed though No I was just wondering why is Michael so crack today And then fuck this Why is Michael so crack today Why is Michael so crack today Don't make him a speed Oh, flash, flash We should cheer on Magic then he'll start throwing Let's go Magic My favorite player, he's so sick Wow Totally with levels He's so stylish and cool Wow Oh Oh Let's go What's up Gareth What's up I gave you the best preamble What's up Gareth That comes to the new combo video How good can it be What works for the long level What do they level up The jungle He's just juggled The jungle That's it I know you won It's a massive play It's a massive play It's a massive play It's a massive play Oh ok Die Leute haben Bock, die Freude. Ah, ich sehe! Wie haben Sie das gemacht? Nein, aber... Ich habe gut für heute, wir haben die Felscheidung gemacht. Und das hat sofort, aber ich habe das gemacht. Wir sind immer noch kreativ, wir müssen viel besser spielen. Nein, das ist ganz recht. Ich habe auch eingehen, wie ich nichts vorgeholen kann. Ich habe nichts aufgeholt, weil ich nicht aufgehört habe. Ich habe das gleiche Hölsch gemacht. Ja, ich werde das also halt nicht so sagen. Das ist eine Folge für den Sprech. Ja, das ist ... Nee, ich finde es, die machen genau dasselbe, wenn sie halt reinkommen müssen, und eine kleine Runde ist auch. Und die selben ... Tja, das ist so, das ist so. Oh mein Gott, niemand weiß es! Was sind wir noch mal nach Sprechen? F ist Spiel an F? Ich bin schon wieder vor. Ich bin schon wieder raus. Ich bin schon wieder raus, dass ich was passiert ist hier. Das ist ein Problem. Magic hat eine große Kunde. Ja, Magic ist ein bisschen lokal. Wer ist ein Level 2? Was ist das? Oh! Wie sind die Yoshis? Das war der Laser. Mach lieber. Der L. Der FSC. Achso, mein... Ich bin noch ein Zeig. Wie hast du mich gehört? Ja, das ist... Da muss ich den Blick jetzt. Aber jetzt kann man das mal kennen. Das ist ein Brickenspieler, ja? Ja, das ist ein Brickenspieler. Was? Das ist ein Brickenspieler. Ja, das ist ein Brickenspieler. Den wir da mal kennen. Aber es ist ein Brickenspieler. Ja, das ist ein Brickenspieler. Nein, das ist ein Brickenspieler. Ja, das ist ein Brickenspieler. Ich muss nur gegen Sam. Das war ein tolles Ledge-Dash. Let's go! Let's go! Thanks man, thanks! Let's go! I clipped the combo. Come on. I did it for my fans. It was prudience. You should have clipped the back around the edges that everyone pops up. It was ironic. And now I have fucking the extra. Top 8! It was like the Dolphins! Slot! I love that. I hit the sickest block the whole time. Oh yeah! Four hit combo! Pretty nice! It's one negative. Oh my god! He's learning! Two, two, one! Yeah, pretty good for you. What? Hyda, thanks for the support. Someone has my back. I wanted to mention on commentary we forgot the ones. Oh yeah! Exactly! That's so, that's so funny. Okay, so that's always been his man. Uh, at some point I guess, yeah. Let's go magic! Unfortunately, I'm a CC Grabs fan. So, that's a perfect counter to him. It is, it is. You seem to have matched CC Grabs. Yeah, it's quite a journey here. But yeah, it really is. I was so close to moving here before. Oh yeah! Also, my favorite Jabber. He's the Jabber. I love that one too. Okay. If you were still playing, we'll be on top of this. Oh yeah. There's probably some old 2006 video of him doing it. Probably some old 2006 video of him doing it. Probably. Yeah, it's probably one record. Yeah. Oh! Uh... 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 Um... Uh... I also know that you're... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Das war's für heute. A lot of top-quality, stylish, smash-up. Vielen Dank. No one can see you. No one can see that shit. Arthur zieht nach Kronach. Back to the root. No one can see it. 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 Ich muss nur das sagen, ich kann das sagen, von wegen, ich glaube, es bestärkt sich, aber ich weiß nicht. Und dafür! Das ist aber nicht schlecht, ich kann es auch nicht so hinbekommen. Ich mache dir nichts zu viel, danke. Kaninซ�전 Schrocken Schrocken 나�n Schrocken Jetzt kommt ein 2-Gate-Mann. Aber das ist die zweite Gamesman-Differenz. Freunde, wir haben hier, es ist Arthur's Lettisiero und es sieht ganz gut aus für Paule gerade, in diesem Winners Semis und er liegt nicht nur 1.0 vorne, er liegt auf dem Stock vorne. Then again, Arthur ist dafür bekannt, Stocks von Spaces zu deleten und genau so sieht es auch gerade aus. Die Up-Ears werden immer weaker, bis sie in die App Smash fallen, ganz genau. Oh und dann, ja, Arthur wieder ein bisschen mit Premature beendet, Paule gibt aber Stage Positioning auf und geht in die Corner freiwillig mit einer Mär und das ist es schon wieder nicht. Aber Paule einfach zu Gierschlund Gamer gerade. Oh, wie ist er da raufgekommen? Oh, ich dachte, er macht Paul-Kombo. Das müsste der Stock sein und das ist der Stock, ja. Also nicht direkt deleted, aber 46 ist kein Substantial Lead hier, sag ich mal. Ah, die viel zu frühe Down-Air, kriegt er natürlich keinen Schein, er wird geshield-grabbed, logischerweise. Okay, oh, die Nair, ja, er wollte mit der Nair die Combo ein bisschen extenden, aber Arthur stand schnell genug auf den Beinen. Ja, er hat zu viel Respekt vor der G-Double-Tag hier, verständlicherweise, die reached schon sehr far. Und das ist ein Shine of the Tor. Und Paule mit einer kleinen Falco-Illusion. Oh, wow. Was für eine Art und Weise nicht von der Invincibility getroffen zu werden, einfach Double-Jump, abbiegen. Okay, keine Shield-Grab hier von Paule, vielleicht würde ein Shield-Grab ihm helfen, aber der Shield-Step gegen den Shield-Grab ist, äh, also kein Shine-Grab würde ich sagen, der Shield-Grab gegen den, äh, der Shield-Step gegen den Shield-Grab, jetzt haben wir's. Der Shield-Grab gegen den Shield-Step ist zu juicy, da geht man dann halt ungern mal für den Shine-Grab, außer man rechnet wirklich fest damit. Okay, 95% für Arthur, er ist natürlich Durbel, wie wir gesagt haben, er kann's dox-de-leaden, aber Paule auf jeden Fall mit dem Lead. Oh, und dann schnappt er sich die Ledge und führt 2-0. Geld-Man, oh, okay, und er sieht sehr fucking focused aus, guck ihn dir an, er hat gar keinen Bock, Alter. Okay, Konsti hat gesagt, Arthur habe Plot-Armor, das ist natürlich spannend. Okay, und wir gehen auf Shoshis, das ist auch eine gute Stage für Falco, aber die Conversions hier für Marz sind natürlich auch ziemlich brutal, also Arthur verlässt sich hier mehr auf sein Punish-Game, im letzten Spiel hat sie ein bisschen im Stich gelassen, habe ich das Gefühl. Okay, das war natürlich gewagt, er hat den Wall-Jump nicht bekommen und musste dann so last minute noch die Up-Bee machen und das ist natürlich der Stock, das muss er sein. Und noch ein Counter, Arthur macht gar nichts anderes mehr. Oh, Paule kommt auf die Stage, oh ja, mit dem Südwest-Special. Ah ja, wollte eine Rolle machen wahrscheinlich, aber ist ein F-Smash geworden. Habe ich heute auch ein paar Mal gehabt. Neue Slippy-Version oder sowas? Oh shit, getting dunked on. Okay, das Match sieht jetzt natürlich rough aus für Paule, aber, oh shit, okay, okay, okay. F-Throw into Oblivion. Das ist wahrscheinlich, deswegen, deswegen hat er gecounterpickt auf die Stage, damit der, dass der F-Throw einfach killt bei Zero. Und das ist ein 4-Stop. Arthur ist zurück in diesem Set. Er ist on the map, auch nicht zu knapp. Gucken wir mal, was Paule noch so im Peddo hat. Er hat jetzt zwei Counterpicks frei. Wird er auf Dreamland gehen? Nein, er geht zurück auf Yoshi's. Oh shit. Ich meine, Arthur ist schon, er mag schon Dreamland gerne, aber Paule will wahrscheinlich einfach nicht unretaliated to Force Dog werden oder sowas, keine Ahnung, weil Yoshi's, weiß ich nicht, Alter. Naja, rollt rein, Arthur hat den richtigen Riecher. Okay, beide ein bisschen Spaghetti, stehen voreinander, machen nicht so richtig viel. Äh, Paule entscheidet sich dann für die viel zu frühe Down-Air. Okay, alle Smash-Attacken. Oh, das müsste der Stock sein. Nein, der kommt noch ran. Aber mit den Magnet Fingers. Von Rangers. Ja, und das ist, oh mein Gott, Paule viel zu gierig. Gierschlund Gaming in the house. Oh, PC-Hop. Ja, da kriegt er gerade rechtzeitig noch den Re-Jump, aber immer noch keinen Sprung. Und Paule, Paule geht zum wiederholten Male für die dämlichste Option möglich und diesmal kriegt er einen Stock. Kein Problem. Okay, ja, Shiner of Shield, sauber. Wenn er ihn da auf der Plattform weiterkommung kann bei 46, kann er ihn schon nach oben rausscheinen, glaube ich. Oh, und das ist ein, oh, das ist ein Abführer. Geht gar nicht für den Down-Throw. Okay, spannend. Oh, Südwest. Und da ist die Down-Air, aber Arthur wieder mit dem Sprung rechtzeitig. Oh mein Gott, die Down-Smash ist es. Arthur, zwei Stocks gegen Paule, drei. Und Arthur, für Arthur ist das hier das Winner-Bracket-Match. Es ist Matchball für Paule, wenn du so willst. Oh. Okay, ja, Arthur kommt noch mal mit einem Down-Tilt an ihn ran. Paule entscheidet sich da für eine Down-Air, macht nicht so richtig viel draus, könnte hier den Stock verlieren. Oh, kein Tipper und kriegt den Sprung zurück und kriegt ihn da. Oh mein Gott, das ist eine Up-Air und das ist nicht der Stock, nicht gegen Marth. Shine hätte vielleicht geklappt, aber wer weiß, ob es getroffen hätte. Hat ein bisschen weniger Reach als die Up-Air, keine Frage. Vielleicht die richtige Entscheidung mit der Up-Air, aber es richtig viel gebracht hat, nämlich außer ein paar Prozente. Dann gucken wir mal. Und Paule kriegt auch hier den Edge-Shock nicht. Arthur ein bisschen zu Ambigios, aber Shine gegen den Schild und dann mit dem Down-Tilt ihn erwischt. Und das ist jetzt Arthurs Winner-Bracket-Stock for real, for real. Aber Paule muss nur noch zwei verlieren, dann geht es zu Game 5. So darf man es auch mal sehen an der Stelle. Arthur ist ja schließlich der Favorite. Und Arthur hat gerade viel mit einem gezogen in dem Match davor. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist hier alles sehr, sehr spannend. 12% schon mal ist ein Anfang, sag ich mal, um hier noch sich einen Vorteil zu sichern mit dem Stock-Vorteil. Aber ja, Arthur mit einem sehr stabilen Dash-Stand kriegt eine Up-Tilt, Up-Air, Up-Air. Forward-Air. Und Paule die Eid richtig raus. Aber Side-Beat ein bisschen. Oh, der Slide-Off-Meister. Aber bringt ihm auch wieder nicht viel. Er kriegt aus irgendeinem Grund einfach, oh mein Gott, er teckt es. Okay, und das sind... Es ist unfassbar, dass Arthur hat 160% gemacht in der Zeit, in der Paule 71 gemacht hat. Aber die Uhr arbeitet gegen ihn. Je länger das Match dauert, das ist der wahrscheinliche Ende ist, glaube ich, dass Arthur das holt. Und das ist der Ab-Tilt, um den Stock zu beenden. Paule, auf dem letzten Stock in diesem Game, er hat's in der Hand. Es ist his game to lose. Aber Paule F-Smash einfach in die Corner. Und das ist es! Geldmann mit dem 3 zu 1 Upset gegen Karon. Holy shit! Und jetzt kommt Jan. Und jetzt kommt Jan gegen Pensive. Ich weiß nicht, was wir spielen, wir spielen wollen. Wir spielen wollen. Wir spielen wollen? Naja. Ich kann niemals noch mehr als 4-0 sein. Das ist alles, was ich so gut. Das kann ich eigentlich 4-0 sein. Das war's für einen Alltag. Das war's für mich. Alter. Alter. Das war's für mich. 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 Das sind Nudes, so haben wir Jan noch nie gesehen. Merlin-Mehling, Jan? Aber stimmt, gegen Schick kannst du es ja auch erlauben. Also gegen Schick ist es fast egal. Es ist Ufes gegen Rufka. Ja. Konntest du jetzt noch das Bessene sehen? Ja. Wie ist Jan Unstoppable? Ich bin jetzt immer wieder Unstoppable. Let's see, we lost the pen, oh. It was like, let's see if we play the Sheikah. Up, up, up. Spam, should be a Sheikah. Spam the bird to help out her. Tough-Kaul sheikah. Woodrow will know sheikah. Last week, he'll be our Sheikah. Bion is fine? Ja? Gellman the power sheet. Oh mein Gott! Gellman the power sheet! I didn't know what the power sheet was. Haha, no, I ran the power sheet! It came on the side. I did it with water. I hate it. Haha, I hate it. I don't know why. Somebody fight it with water. Really? Haha, his ass. I can only beat both of you. Was ist das für ein Edge-Guard, nigga? Was ist das für ein Edge-Guard? 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 Oh! Samu Samu Das war Drangle Wieso ist das eigentlich nicht Samu in der Version? Oh nein, in unserer Version war es ja auch nicht Ich habe mich gerade gefragt, weil Konsti ja hinten der Mr. Tröte Das ist ja der Berliner Aber bei uns ist Mr. Tröte Schild Niki mit dem Dog, ne? Niki ist Mr. Tröte und der hält ein Schild ohne Punkte Und 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 halt noch zwei Mal Dreamworks Also ich kann nicht mehr das an den Tag, aber Das ist ja der erste Team Der letzte Team Und Der letzte Team Und Das Ding ist, wir wissen wahrscheinlich nur gegen Hast du mal die von der Tasche probiert? Also von hier, von der Anni und der Sternen. Das ist mega nervig. Nee, Anni hat die alle gefixt. Ja, ja. Ruh mal, rühne mal aus. Wo ist die Tasche? Ähm. Ich glaube, die meisten benutzen den mit dem roten Stick aus. Also jetzt benutzen die meisten. Jedenfalls benutzen die meisten das. Ich glaube, bei dem roten Stick aus. Dennis? Und jetzt, das eigentlich lernst du. Scheiße. Why ist Carly? Er hat nicht seinen eigenen Kontrollen, er hat einen Maxis-Kontrollen. Oh, ist das eine andere Gruppe? Das ist der Top Player in Practice. Er hat eine andere Gruppe. Er hat eine andere Gruppe. Okay. Do it? Yep. 2-1. Oh, another rest! 2-1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 1. 6. 7. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, nice! Das war so gut, I know. Goddamn! Change! Okay. Let's not get baited by the errors. He's going out. Oh! Ohhhhh! Custom combo? That is all the markings of a mid-level player right there. The BM laser. He's swagging. You gotta hit your up beat. The up air is on that spot. That's a key. Oh my god. And there's the rose guy going. Still up. And entire stock. Let's see if he can. Yeah. Oh, the way! How did he beat that? Oh, Wallach! Let's go! Yeah! That's the magic. Level two? Is that all? Was that Marius? Yeah, he's out there. The weight. Magic loves the laser cam. Oh! The weight is so good. Oh! Almost. Oh! 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 Classic Peach counter pick here. Trying to get in chain grabs. But so far. Oh my god. If the fox getting the grabs. If... Oh! The weight! Okay. 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 Oh! Magic with his pants! Hey! 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 Did you play Chief today? Yeah. Um... Apart from Scream set, yes. I wanna hide the... Detective puppy. Okay. Oh! There was a... Ding! Problem with the shield... With the tanker... Is that it's a count troop? Oh! Oh yeah. Peach has it so rough on this thing. Yeah. Yeah. It's tough, man. Oh, wie war Peach? Die Sache ist, dass du Schenke gewonnen hast, aber dann ist es kein Conversion. Oh, die Stoundsmen. Big Combo. Das ist ein großer Combo. Das macht es zu Schenke. Er ist sehr viel in control von Metamir. Der Fang! Er versucht es zu machen. Jetzt geht's. Der Counterpack ist wirklich ein Kass. Aber es ist zu erwähnt. Das ist ein Kass. Das ist etwas Neues. Das ist ein Kass. Das ist ein Kass. Das ist ein Kass. Wir können die Stoßen machen. Wir können die Stoßen machen. Das ist ein Kass. Das ist ein Kass. Oh, das ist ein Kass. Das ist ein Kass. Ich glaube, um... Warum hab ich das Kass. Ich bin gehört, dass wenn Peach hat so hoch! Nein, aber es ist einfacher. Oh, ja, das stimmt. Aber er ist jetzt Part 4. Ich glaube, das ist genug. Ich habe heute die Reaktion von Cody mit Melius Weird von Ossensauce. Melius Weird von Ossensauce? Oh mein Gott. Es ist eine andere. Aber nur Magik. Und die Fans gehen wild. Magik! Oh! Magik's Groupies are out. They like what they see. One more kill for level 3. He's evolving. He's evolving. He's evolving into Falco. Oh! Oh! Shit! How? How? How does it go? How does it go? Oh! 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 Wait a second! Samadius! Samadius! Oh! Marius is in the building. Why is this game so hype? Holy shit. Oh! Because this is a high-stakes match here, folks. What? Oh my god! Oh my god! Oh my god! The angle was so risky. Oh! 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 The reflector. Oh! 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 Oh, der... Der Sitch! Okay, he saves it! Oh my god, he's living! Oh my god, that's so intense right now What the fuck? The flows were so... Okay, okay 11 What the fuck? What the fuck? We have no friendlies in the building at all Right there, right there Oh my god Pause your magic to everybody Everyone please watch the set But he's still level 2 But he's still level 2 But he's still level 2 Oh Come on! Come on! Tennis made the IRL box town Come on! Come on! Nah, it's kinda like watching Serena Williams Tennis, she always does that Come on! The HBox The German HBox Yeah! Why is the magic so insane today? Holy shit! 2-1 for magic Yeah! I'm so shaky right now And I don't play Will we punish this down smash on shield? Impossible! Impossible technique Oh! Oh! Let's go! I like the down smash though Always a good Always a good The Wash Machine You mean down smash or down there? Pass smash Klasse Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! I like the damage Oh my god! I like the damage Oh my god! Oh my god! Yos! Oooooohhhhh! It's go to me It's go to me I'm just feeling so sorry Like, you can tell me Oh, 7 ist die Kürbock! Und jetzt ist es eben! Oh, f***ing don't, Spazemann Oh! Not that one! Oh! Straight up! Oh! Snuck under! Oh my god! Oh! Oh my god! What? Oh! Game 5! Game 5, bro! Would you have it any other way? Holy shit! Yeah, that's true, that's true! Karol hat mich befandelt Mid-level, mid-level players, I don't know why Oh, f***! Oh, shit, the taunt! The taunt? Oh, shit! Let's go, man! I'm nervous, I'm nervous No problem! No problem! Never give up! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! Oh! Oh, shit! Oh! Oh, shit! He's working! He's won it! Dad ist wieder, mental, that's what I'm talking about. My God, my God. Edge cancer. Ich bin hinter dir, Mitch! Wtf? Er ist zu fast! Oh, no! Oh, das ist so gut! Das ist so gut! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, das ist so schön wie ich wollte. I wanted to... Oh, mein Gott! Oh mein Gott, dieасen. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Das ist ein Falko! Das ist ein Falko! Der Falks' moves, kill! Rp-kills, too, shut up! Ja! Ja, das war's für euch. Oh, wo ist er? Wo ist er? Oh, das war's für euch. Oh, das war's für euch. Oh ja, 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 das ist wie 400%! Ich weiß, right? Double damage! Daily double, baby! Oh, he's not giving up! Wait a second! Let him cook! Let him cook! Oh! What the fuck? Oh shit! That is Kandas. That was so fast! Oh! 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 On purpose! On purpose! Number three! Oh shit, do it again? Fox! Whoa! I'm on the stage. Yeah! Yeah! Oh, there it is! 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 This man is nerves of steel! As always! Fuck it, I'm gonna beat away by now! I know! It's crazy! You made so amazing! Oh my god! Fuck it! Good shit, dude! Good fucking shit! Good player magic! No, 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 no! I'm the best full level player! Yeah, exactly! Hey, Andre! That's such a counterpart for you! It's not even the same! But now it's Geltman against NRW Mann! From last week's run, Dirk! Great! That's so exciting! Today, guys! Come on! Oh yeah, good friend! Wow! How do I say this mess? I'll say this favorite match, it would be a guy! Wait! Wait! Vielen Dank. Oh, you played so well. All right, we're right into the next fucking banger and- wait, Kansi already lost his stock? I did not see that happen. Oh, and he's not stopping the combo. Once he got two hits in, well, I was down two stocks right now. And he's down two stocks right now. Game of the dominant hit in the beginning. Like circles around Kansi, letting him land to nothing. Going on with letters. Oh, I don't see. Only needs two hits. And they's down. Holy shit. It was four hits until there. What the fuck? Yeah, yeah, there we go. Oh, Schiller Gimmels. Holy shit, that was the biggest three in combo. I don't see. I can't stop from outer space. I don't think so. I can't take this. I can't take this high speed. Nice, the latest down here, just barely hitting it and getting into this first stage. Oh! Es ist mir gedacht, wie ein Dóhkir? Das ist mir nicht so gut. Oh, das ist so gut! Die Kanteil ist aufsdage! Oh, ich bin so gut! Oh, mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Die Kanteil ist ein Platz! F***ing Powerhouse, man! Was ist jetzt die zwölf Treffer und drei Stubs genommen? Oh! Oh! Oh, ich konnte... Oh mein Gott, ich hab ihn aufs Stage! Und ich hab den Mann hier! Und ich hab den Spiel! Und er ist aufgerufen! Ich bin aufgerufen! Oh, das geht direkt wieder los! Diesmal lernt er... Die Becker zu Lodge... Warte, Bescheid! You love to see those! By the way, ich hab... Ich hab Geldmann meine Handschuhe gegeben um die Hände voll aufzuwerfen Ich wusste nicht, dass die Gegend was wird Und er ist... Oh, er hat nur... Okay, okay! Oh, ein Level! Du solltest ihn einfach... Lass ihn hängen! Wieso ist das... Wieso ist das Skill-Teating so nah dran, Leute? Und ich glaube, ein Level ist so gut... So nah dran, dann ein mit-Level! Magik hat ein Mixed-Level ist auch schon am Top-Level dran, gell? Es ist so insane! Ich bin der einzige mit-Level-Player inzwischen! WTF? Wie meh hast du verloren? Äh... Gegen Cover! Du hast auch... Gegen Hands up gone! Oh mein Gott! 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 Der Schuhanzieher! Can't touch this! Oh! Creative, though! I like it! Oh, wow! Running out of invincibility! Oh, we do! Woah! Just barely to late this stone! Up there! Up there! Up there! I'm not gonna start a combo here! Oh! Power down! Power down! On the straight! Kick off the stage! Gets too cocky! Let's back up! But 3 stocks do 1! High percent reach! Power doesn't need much to fix off the stock here! 1! Oh! 4! 2! 2! Oh my Gott! 3! 3! Oh! F! 3! 1! 3! 1! 2! These people are too fast. Oh, random upsmash. Yeah, I'm just playing. This to me is not... Bro, I'm smashing himself. Why is this target so high? I fucking love this player, dude. Everyone is so huge, damn it. Nah, check out my amateur black person. Oh, the falcon punch. I have the... The monkey. It's gonna be so high. Yeah, it's gonna be so high. I'm sorry, I'm not gonna go. I'm not gonna go. I'm not gonna go. I'm not gonna go. Die F-Tils sind so großartig. Es gibt so viele Hype-Sets. Ja. Ja. Es ist so ein magisches Turnier. Es ist so ein magisches Turnier. Aber es ist wirklich okay. Da hab ich jetzt eh. Du kannst ihn selbst mal gar nicht. Ha ha ha. Oh. Oh. Da hab ich lieber. Ich war da eigentlich sehr gut. Oh. Neck by neck. Oh. Neck by neck. Oh. Neck by neck. Oh. Oh my god. What? Oh my god! Es ist einfach so ein Feuerballer, irgendwie sehe ich. Es ist ein halbenes Action. Warum spielen wir mit Titans? Elitist Melee. Oh mein Gott. Was ist Elitist Melee? Ich verstehe das nicht. Was ist ein Hype-Sayer? Ich habe ein paar Twitter- Answers mit Melee Elitist. Was ist das? Es gibt keinen Klang, der so schnell ist. Der kommt über die Tür oder so. Was ist das? Curvy. Oh, Reining. Ja. Das ist ja nicht so schnell. Komm schon, Paule. Der kann nicht mehr sein. Aber das ist ja nicht so schnell. Ja, ja. Der hat nicht mehr sein. Der hat nicht mehr sein. Ja, genau. Der hat nicht mehr sein. Aber nicht mehr sein, ich weiß nicht mehr. Der hat nicht mehr sein, ich weiß nicht mehr. Für den Rundfunk, oder? Der 8-hütte Komma! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mit den Geiss? Der Paul Komma! Mit den Geiss? Der Paul Komma! Der Paul Komma! Er hat den Dampfen gelesen! Er hat den Dampfen gelesen! Er hat den Dampfen gelesen? Er hat den Dampfen gelesen! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Er ist besser! Er ist besser! Er ist besser! Oh mein Gott! Oh yeah! Oh yeah! Oh! I love this matchup! It's like 10 minute, game 5 seconds! Das ist Game 4! Ohhhh! Ohh! Oh the man! Oh my god! Oh shit! Oh my god! OHHHHH! Ginged 5! Das triggert den! Game 5! Das ist doch schlimm! Er ist für. Ach, nein! Ja, egal! Ich bin schreit doch nicht. Oh, ich liebe den. Einem oder andere sind die Verkehr. Zugehören zu mir? Zugehören zu mir? Zugehören Sie mich? Einmal sein. Mein Haar brummt heute. Es ist so insase. Stomp! Stomp! Oh! Wie sieht es, dass die Gäse so anders ist? Das war's für mich. Oh! Oh! Hold on. Oh, Side B! Oh my god! We love Side B! Oh my god! Oh, oh! I thought we did the hype combo again. I thought we did the hype combo again. Which one? Oh, the ammo! Oh, oh, oh! Oh! Let him cook! Oh my god! Oh my god! Der Tournament set. Der Tournament stock. Warte mal kurz. Game 5. Game 5. Shouldn't be me. Game 5. Oh mein Gott! 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 Man hat die Kotschape jetzt! Zeit nicht zum Schienen! Oh shit Leute! Oh shit! Oh shit! Now kiss! Now it's loser semi! Jan-Ulrich gegen... ...against...Khan ... 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 Da geht's! Ja, das war. Ja, ich habe es nicht mehr. Das ist auch nicht mehr. Ich würde es nicht mehr überlegen, wie ich es hier mache. Er macht mehr sense, wenn ich mich nicht mehr kenne. Das ist das Ding. Als ich mich als 30 Jahre alt bin, ist es so, dass ich mich nicht mehr kenne. Es ist so, dass ich mich nicht mehr kenne. Ich weiß es, wie ich mich nicht mehr kenne. Oh, no! Oh, nein! So, oh! Wie ist es? Das war's für heute. 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 Wow, that was crazy. Das war's für heute. 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 So, wir haben. Das war's für heute. Follow him on... Oh, this war's für heute. The movers. Oh, my, yeah. He lost, yeah. We're going on, yeah. against, yeah. We're going on, yeah. Oh, yeah. Oh, my, yeah. Oh, yeah. Yeah, it's over. It's over. It's over. Yeah, it's over. Yeah, it's over. And all, yeah. Yeah, it's over. So, yeah. Yeah, it's over. Yeah, it's over. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah, it's over. 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 Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah Das ist so traurig, dass ich dieses Game gedrofft habe, im Reset, ich hätte gern 6 im Sweep gehabt, aber eigentlich 9-0. Das ist so traurig, dass ich dieses Game gedroffte. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Oh wow, that was insane. It was so far away from your actual body, too. Can I wait for you? No? No? Oh! See if you have to close it on the wall. No, no. It's like a normal one. It might be. Yeah, but the... You have to press the... I guess it's like... Yeah. I think it's like hyper-trosan ingest after the... Oh, oh. It's a long way of... Yeah, it gets killed. Exactly. That's kind of a... Precision. It's still got a kind of nice swarm. Well, that was... All right. I don't want it. Come on, go on. Okay, this is not the same room. Nace is pressing. Nace is pressing. Nace is pressing. It's like that of him. That's not the blame on him. No, why? No, that's not it. That's not it. That's not it. That's totally it. Fuck me! Was? Vielen Dank. 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 See you. See you. Yeah. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.